Hauptsache er heisst Hänsel. So. Karma Punkte verteilen. Da habe ich ja erstmal genug. 36. Wo packe ich die hin? Und zwar... Fangen wir mal langsam an. Das bringt mir das gar nichts. Was bringt mir das? Also das bringt nichts. Und das ist... Maximum. Okay. Maximum, Maximum, Maximum. Das bringt uns alles nichts. Das bringt uns alles nichts. Das hier würde uns Auto Reload. Reload kostet Null. Das hat sich schon mal gut ab. Blablabla. Touch ausweichen. Stärke brauche ich auch nicht. Die Werbung brauche ich nicht. Das brauchen wir alles nicht. Was haben wir hier? Ich möchte nicht hacken. Ich möchte rotzen. Eine Drohne brauche ich auch nicht. Was haben wir hier? Achso. Nein, das brauchen wir auch nicht. Charisma. Ah, da habe ich soweit auch alles bis auf... Das... Das heißt... Wir werden das... Das... Wir werden das. Die Drohne brauche ich nicht. Und... Das... Bestätigen. So, dann, wir haben 17.000. Wir haben 17.000. Das ist Harley Quinn. Nein, ich muss zu... Den will ich nicht, den will ich nicht. Wo steht der denn? Den will ich auch. James, wo bist du? Hallo, Butler? So, die Tochter. Ach, McClaskey soll die Fresse halten heute? Da ist er. Xiaomi's Gear, Outfit... Äh... Ja. Erstmal Gear gucken. So, was haben wir denn? Drohnen können wir nichts... Waffen... Wir haben die AK-97 mit 10 Damage. Wir haben die AK-97 mit 10 Damage. Wir haben die AK-97 mit 10 Damage. mit 10 Damage. Dann könnten wir entweder... die FNH... oder die Headline... Reichweite haben. Sollt ihr die selbe Gruppe? Wir nehmen den. Dafür verkaufen wir die. So, das Ding könnte man verkaufen. So, nochmal... Xiaomi's Gear. Das war das Verkauf. Dankeschön. Konsum-Able. Wir haben... Nothing. Ja. Nein. Granaten, 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 Granaten... Granaten... Ich hätte gerne Heilung. Kostet 400. So, Drohnen brauche ich nicht. Waffen... Da haben wir jetzt ja die Hecklone... Das reicht. Ok... Einfach nur... Was ist das? So... Das... Dafür wird... Ah... Das verkauft. Dann... Cyber. Neue Ausrüstung braucht das Land. Äh... Beine... Sind wir auf Alpha. Wir haben keine Essenzen. Das heißt, wir können uns eh nichts leisten. Dann... Wollen wir mal so ein paar Granaten. Na... Also... Das brauche ich alles nicht. Eel Pack... Eins... Zwei... Zwei... Zwei Stück auf jeden Fall... Er kommt den dritten. Dann... Nimm mal... Nimm mal ins Leben zurück... Bereue ich dich... Au... Smoke Smoke... Minus 2AP Minus 2AP 2AP Thread Ja Das haben wir hier ganz oben Minus 6AP Das ist vorgranate Die nehmen wir mit 20 damage Mit A und B Klick, klick, klick So Dann wollen wir das tauschen Tauschen dafür das kann erst mal das kann Heilung wiederbeleben ich habe hier so viele Granaten und kann gar nicht die anderen auswählen oder was hm, egal so, Exit das war's so, die Emma-Geschichte Geschichte 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 das ist voll viel Geschichte das wissen wir ja langsam dann der da schieb schieb fang wir mal an zaaaaa zahm wir wir haben Tempo 4 Feuerbarriere Lightning Barrie Tempo 4 haben wir. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 10. 10. 10. 10. 10. 14. 16. 17. 17. 15. 15. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 20. Geht's. So. Ich bin ausgerüstet. Wen nehmen wir mit? Was hast du? Ein Katana und zwei Waffen. Du hast... Du bist so einer. Nee, dich will ich nicht. Match will ich auch nicht. So billig. Zwei mal Heilung, zwei, drei, vier Granaten. Was? Hä? Wieso hast du auch einen EXMK1 Launcher? Das ist ja interessant. Boah, dich hätte ich gerne dabei. Du machst 20 Schaden. Schlei. Dich will ich nicht. Dich will ich nicht. Nein. 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 Äh, holen wir uns noch ein Expoot mit Drohns. Ja, Berliner, der hört sich schon mal ganz gut an. Das wären Nahkämpfer mit Drohns. Der hört sich noch besser an. Dich nicht, Dich nicht, Dich nicht, Nahkämpfer. Äh, nein. Schammer hat er auch so verkehrt. Hm, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich hätte ganz gerne den dabei. Ich glaube, ich hätte ganz gerne den dabei. Ich glaube, ich hätte es nicht mehr so verkehrt. Also, Bugs töten. Jessica? Wahrscheinlich töten. Ich glaube, ich hätte sie die Leben davon kommen lassen. Äh, ja. Du bist eigentlich ausgerüstet. Du hast einen MK1 Launcher. Was ist das? So, du kannst noch eine Phosphorgranate kriegen. Du hast alles. Du könntest das noch mitnehmen. Ne, ne, halt, warte, äh, das. Dann lassen wir das so. Autosafe ist schon mal immer gut. Also, ich glaube, ich werde das so verkehrt. So, dann nochmal ein bisschen Geschichte. Damage a bug, das ist klar, bis er halt tot ist und dann aufgesteht und dann Schutz-Insekt, Spirit, Wisse, Aegis, Lunger und dann... Trotzdem weiterschießen, alles klar. Jut jut. Alter. So, du hast hier FNH, das ist der Aegis Lancer, I'm... Er hat nur zwei Schuss, so wie es aussieht. Du hast Schwert, Aegis Lancer... What the f... What the hell? So, da... Ist auch ein Lancer? Ach... Und du? Oh... Ah, du gefällst mir unsere zwei Drohnen, da wurde ja alles klar. Dann wagen wir uns mal vorsichtig rein. Vorsichtig rein ist gut. Da hin? Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Und da hat sich... Ich hab's gewusst. Dämpfer.